einen wunderschönen da bin ich auch schon wieder euer odin und ich begrüße euch zu einem neuen angezockt wie ihr seht des integration ich bin mega heiß drauf ich habe ja schon die vor ganzen weile schon die ersten bilder gesehen wir hatten uns einen trailer angeguckt und da hatten wir erst gedacht das hat man uns glaube auf twitch im stream angeguckt da hat man ja neue destiny aber dann war das integration ich bin mal gespannt was daraus geworden ist ich bin gespannt ob es deutsch ist wie gesagt ich habe es noch nicht gespielt wir spielen es jetzt zum ersten mal an weil bei der beta bin ich damals zu spät gekommen wir machen mal beim audio gesamtlaufstärke lassen wir sprachen musik machen wir mal sind wir ja gewöhnt dass wir da weniger machen müssen aber ich denke mal 75 müsste reichen sprachstatt haben wir ja nicht ansage weiblich untertitel 1 ich lass weiblich finde ich entspannter kann man wer das lassen wir eigentlich auch mal so ich sehe jetzt hier keinen unterschied wir kann ja mal hoch machen ob da dann irgendwie bild auf taucht aber ich sehe jetzt hier nichts steuerung werden sonst denke ich mal gleich erklären training haben wir multiplayer haben war multiplayer werden wir auf jeden fall im stream denn demnächst mal testen bewegt dann auch hier zu youtube rüber schicken wahrscheinlich das video eine kampagne haben war training ich denke mal bei der kampagne werden sie uns auch ein training verpassen oder wir machen mal kampagne wir wollen wir wollen es ja wissen was passiert ja seht ihr dann mit tutorial wollen wir mit tutorial starten ich bin mal gespannt ein bisschen nervennahrung noch aussuchen ein paar schöne schokokekse ach das kennen die doch das haben wir gemacht das konnte ich in der beta noch machen Let's start simple. Look up at the red light. There we go. And down at the red light. You got it. If you'd like to flip those controls, you can access them in the options menu. When you're ready, proceed to the next area. You'll need to use your altitude control to navigate through the tunnel ahead. Oh, so. I'm going to go. Nicely done. Your grab cycle has directional thrusters. You can use boost control to avoid enemy fire. You can use boost control. You can use boost control. It must be on the other side. I'm going to go. Sehr gut. Grav cycles require solid ground beneath them, so avoid steep ledges. You will have a limited window to correct your error before you and your vehicle plummet. If you find that you need repairs, use your nano-emitter, fire it at the ground, and enter the healing field. You're doing very well. Let's move on to scan mode. You can scan for objects in the environment by using your scan control. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Great. Shoot that barrel. A new path is now open. Proceed when ready. Engage the enemies ahead using your primary weapon. Oh, God. Oh, God. Oh, God. Oh, God. Oh, God. Excellent. You're now ready to command a friendly unit. Use your command post to order your unit to the specified location. Yep. Will do. Your unit will try to fight around this area. Should you cancel a command, your units will return to your position and follow. The cancel command can prove useful in situations where you may have lost track of them or require them to take over for a period of time. Use scan mode to search for interactables in the environment. You got it. Good work. You can use your command pulse to have your unit interact with the scanned object. Right away. Let's move on to unit combat training. We'll start by temporarily disabling your grab cycle's weapons. You'll need to work with your unit using only the command pulse. Yep. You can also use the command pulse to have your units prioritize targets. Try prioritizing the target dummies using the command pulse. Yep. Targeted. You got it. Got it. Focusing fire. Put him down. Going for the kill. Your units will return to you after they have eliminated a prioritized target. Good work. Yep. Each unit is equipped with a special ability. Using the unit ability control, your units will deploy their special ability on a target or location. Prioritized. Copy. Enemy dispatched. Taking them out. Will do. These abilities can be pivotal in a combat situation. You may proceed to the next area. In order to revive a completely downed unit, you will first need to retrieve their brain can. We're getting tore up. Yep. Yep. Well done. Proceed to the final area for a live combat test. Mm-hmm. Will do. Every unit in your squad will always fight by your side. But it's the Grav Psycho Pilot's commands that will increase their effectiveness in battle. To pass this test, all enemy combatants must be eliminated. Good luck. 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 I don't know why I can't. Good luck. blocking the reallyización of actors. Negative spirits go along the areas of capital allows. You found some escape rooms but pretty much to save steps. Nach dem Kampf, die Schmerzen entdecken werden in einem Staten vulnerable. Es ist während dieser Staten, dass sie die Schmerzen auf kritische Schmerzen werden. Kapitalisieren auf dieses Staten kann sein, wenn sie stärker sind. Die Schmerzen sind nicht bereit. Sie sind nicht bereit. Sie sind nicht bereit. Sie sind nicht bereit. Unter Feuer! Ich bin Hurt! Ich bin Hurt! Ich bin Hurt! Ich bin Hurt! Ich bin Hurt. Ich bin Hurt! Ich bin Hurt! Ich bin Hurt! Ich bin Hurt! Ich werde Rupen! Danke. Copy. Preparing. Vielen Dank. Das war's für heute. Das war's für heute. Die Kleine hat sich eingeschlafen. Ja, das habe ich schon gewesen. Ja, das war's für heute. 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 Warum bist du immer, wenn ich zocke so liebebedürftig? Das war's für heute. 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 Und was mich daran gereizt hat, dass man im Korb spielen kann. Das war's für heute. 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 Und nun? Was bist du? Was für heute. Wagener? Sir, have you got weapons and shelter in there? Maybe you could give us a chance to rest and regroup at least. Ah, much better. A reasonable outlaw. We may have more of interest to you than guns. Gravcycles? A working gravcycle. So, you're a pilot. What's your name, son? Romer. Well, Romer, perhaps we can arrange for you and your team to earn your share. I'm putting together a crew. My latest crew, I should say. Well, we're together, but we ain't exactly together. And, uh, we're your crew, Wagener. I thought you might be. Follow me. Grafik sieht auch schön aus. Ja. Das Spiel scheint interessant zu sein, sonst würde der Tiger nicht kommen. Der kommt immer nur bei den interessanten Spielen angeschissen. Ja, komm, leg dich mal hin hier. Ja. Ah, dicker Bauch. Du hattest einen dicken Bauch. So, wir sollen da hin, aber ich würde erst mal hier... Hey, I'm granting you access to the challenges for salvage. We'll see you later. Hey, Romer, show. Oh, you see Doyle's been rearranging, right? That's right. Okay. 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 Wow. Uh, did you stack all these? It's looking tidier already. You want it done right, do it yourself. You know, if you would have told me a week ago, we'd be sitting and sitting... Beschütterung der Kraft. Erinnert mich ein bisschen an Star Wars. Na, da ist ja nicht Kraft, sondern Macht. Aber dann scheinen wir hier jetzt nix weiter zu haben. Wir haben die alle angequatscht. Wir können damit ein bisschen mehr her. Mal. 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 Das war's für heute. A Newton-boosted Fusion Generator. Heh, das wird ein paar G's sein. Ich habe ein 489-Gyro-Cluster installiert, auch gut. Ja, nicht schlecht. Ich habe nur ein paar Fragen über diese Customizei-Kontrollen. Rezek kommt? According zu Seguin, er hat er bald nach diesem Arbeit verlassen. Ihr Mechanik hat einen Pulse-Bow und hat vier Stunden vor. Warum würde er das tun? Und warum jemand nicht sagt etwas? Eher ist ein paar Dinge. Wissen Sie ihre Crew-Maten. Jetzt, Sie haben sie einen Wissen, warum er vielleicht nicht verlassen? Es ist schwer da draußen. Sie hat eine Hive von Rayon, wenn Sie Christen. Aus mit ihr, Agnes. Ich bin nur noch ein Erinnerungsgericht. Er sagt immer, wenn er das Schmerzen aus dem Klau-Clown ist, hat er sich immer wieder gesagt, dass er das Schmerzen aus dem Klau-Clown ist. Er sagt, dass er das Schmerzen aus dem Klau-Clown ist. Er sagt, dass er das Schmerzen aus dem Klau-Clown ist. Was... 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 Wester-Man? 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 Ich habe kein Herz, nicht zu dir. Romer? Ich kann Hot-Wire irgendeinen Grab-Zyklen. Kein Problem. Aber als wenn etwas falsch läuft, keine Chance. Wir können ohne eine gute Mechanik sein. Oh, you're never tired of that sound. There it is. We send a small search party. Roma Pilots, you take Seguin and Koki. Yes. What, am I just a piece of furniture now? Okay, now I'm excited. Okay, let's go. We'll hang with you, Romer, but use your command pole so that you want us to go after something. The flyover showed enemy activity on the other side of these rocks, so be ready. I was born ready. Okay, red eyes ahead. Now we'll see how we fight together. Yep, targeted. Taking them out. Enemy down. Taking them out. I'm not ready. Ich bin sie weg! Destroy it. First, we need to clear these red eyes before we can search for your friend. His name is Rezin. Okay. Let's go, let's go. Oh, man. Okay. Prioritizing. Yeah. I need help. I'm taking heat. Serves him right. Getting fixed. Finish them all. Okay. Yep. Whew. Nothing like nanos from my healing station. Whew. I'm all tingly and ready to go. I didn't need to hear that. Hey, Rezi, you around? Romer, have you tried your scan mode? Works better than Koki's voice. That's Rezik's gun, right? Okay. That's the weapon he took from Wagoner. If he dropped it, it means he either got captured or something worse. And I don't see any Rezik bits around here. Okay. Will do. Will do. Will do. Will do. You got it. Will do. Okay. You got it. Well done. Yeah. Yep. 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 Will do. You got it. You got it. You got it. What's that wreckage over there? Pieces of the Iron Cloud. I had no idea. We did so much damage. Thanks to your damage, red-eye patrols are all over this place now. Look on the bright side. Now you have the pleasure of my company. Targeted. Will do. I know a prison cell when I see it. If they have Rezek, he'll be in there. We better move fast. The enemy has dropships patrolling the area. They could send backup at any time. You got it. You got it. Finish him off! Neutralize. Okay. Finish them off! Targeting. Yeah, sure. Okay. Das ist doch eigentlich ein Knopf. Will do! Targeting! Falkra singt fire! Yeah. Got another one! That is not Rizik. We still need to get them out of there. Will do! I got it! Will do! Will do! Okay. Yep Okay Right away Yeah Okay Will do Got it You got it Will do Will do Right away Thank you for the help Have you seen any other prisoners in the area? Uh, I saw them taking someone further up the hill Enemy security was a lot tighter though Okay, get out of here pronto We don't need to bail you out a second time Red eyes incoming They're not going to make it easy to get to rezik Let's hurry Got it Right away Hey guys, status critical Right away Right away Right away Right away Much better. Okay. Right away. Yep. Right away. Coming back. Targeted. You got it. Got another one! Not ready yet. You got it. Not ready yet. Not ready yet. Much better. Will do. Okay. Yep. Will do. That must be Resig. Let's clear the security detail and get him out. This level of security seems rather light. Even with patrols in the forest. Targeting! Okay. Scratch that. Serves him right. Focusing fire. Will do. Destroyed. What? Yep. You got it. 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 Yo, Rezik, ¿qué pasó? He didn't even need to see you, my friend. You look like a guy without a change of heart. I am a saver. Save it. Check your radio. You're on the crew now. We really need to get out of here. Yep, here they come. Yep. Right away. Targeted. The grav cycle performs well. Neutralized. Got it. I've got their attention. I am hurt. Moved you. Repairing. Sorry, man. You got it. Focusing. Yes. You got it. Cut down. Right away. Right away. You got it. Yes. 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 Das ist der Angelegenheit, was ich erwähnt. Das ist zu spüren, wir gehen zurück nach dem Flügel für den Extraction. Returne! Hey, da ist ein Rind! Geh zu dem Shuttle. Will do! Roger! Going for the kill! Serves him right! Focusing! Neutralized! Got it! Focusing! Cut down! Right away! Got it! Right away! No can do! Thank you! I did not care for that! Hey! You handled yourself! You might have even hit one! I apologize for the trouble I have caused! My intent was not selfish! Believe me! Yeah! You owe us all full tune-ups when we get back! Of course! I'm kidding! You need to loosen up, man! Fine! Hey! I can grease my own joints! I can grease my own joints! Mine is just a little bit better! I can't find a weapon... I can't see... ... I can't see... There's no way to go to the game. I can't see... ... ... Wir müssen auf jeden Fall mal testen. Der Grab-Cycle, die ich gestorben habe, ist für meine Leben zu retten. Ich bin froh. Sie wissen, dass Romer hier schwäger in unseren Headquartern, in seinen coolen Leather-Panz macht mich sehr sicher, dass ich nicht wehren ihn. Glaubst du mir. Ich bin ein firmes Believer in den persönlichen Raum. Ich weiß jetzt nicht, ob die Basis jetzt nach und nach voller wird oder so. Das wollen wir dann alles sehen oder was öfter spielen. Steuerung und so bin ich ganz zufrieden. Ich muss mir nur gezielen. Ich muss das ein bisschen harter machen. Jetzt haben wir so eine Mio-Soße. Da fehlt noch was. Okay, ich habe keine Naniten bei Verwundeten eingesetzt. Okay. Dann starten wir jetzt aber nur noch und dann... Wenn wir das im Stream jetzt noch weiterspielen. Wir haben ja noch ein paar Tage bis... Ich fühle dich, Agnes. Ja. 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 jetzt noch nicht wie das ist jetzt wenn jetzt alle missionen gemacht hast ob dann noch weiter wie der spiel wert ist ob dann halt immer wieder neue schwierigkeitsstufen kommen zum beispiel und du das halt mit freunden zusammen online spielen kannst du da so ich weiß es nicht das werden wir dann mal gucken auch vor allem mit dem online modus würde mich dann interessieren ob denn die anderen die bodentruppen sind oder ob man das aussuchen kann wer oben und wer unten ist oder so auch hier das Ja! Sie sehen uns, wir haben uns für unsere Verteilung. Riot-Bots? Sie haben keine Verteilung. Sie haben länger als Integration. Sie können sich nicht ändern, wenn sie sich überrascht haben. Sie haben es. Ich bin sie raus. Ich habe ihre Augen. Aye, Aye. Will do. Right away. Yeah! Oh, God, is this geil. They're tenacious. I'll give them that. Let's get in for anything useful. How you know I'll do it. Okay. Okay. We got a job to do. Okay. Okay. I'm coming up. Got it. Oh, yeah. I found myself in a red ship which can work for anyone of us. That's what I said. Right away. Okay. 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 Wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Haut rein. Na au. Sagt euer Odin. Entschuldigung. the